Das war klasse. Da achten wir jetzt mal drauf, wie der den Ball mitnimmt. Lampert spielt ihn und dann zack. Von dem Lauf. Perfekt technisch. Das war eine großartige Aktion. Bravheit kommt da nicht mehr rechtzeitig hin. Die Niederländer kalt erwischt. Und England tut was fürs Renommee nach dieser in einzelnen Momenten desaströsen ersten Hälfte.